Zumindest du, ich brauch's nicht. Ach ja. Ich brauch's ja nicht. Jetzt war mir klar. So, Terminal. Schon wieder so'n Terminal? Du hast gepöpst. Nein, ich hab nicht gepöpst. Das hat sich angehört, jemand herz. Na, ich hab mir grad so am Kopf gekratzt, du kannst kurz. Ja, ne, so süß. Wegen mein Headset, weil das für den anderen kaputt geht. Oh ja, es geht kaputt. Ein Monitor, ach so, der fehlt mir auch noch. Jetzt kommt Wasser, ne, da krieg ich nicht hin. Ach, da ist ein Jungle. Aber im Jungle kann das ja auch sein. Welcome to the Jungle. Naja, das ist nicht wirklich Jungle. Welcome to the Jungle. Guck wie viel Wolle ich schon hab. Ach. Ich brauch doch keine Wolle, Craft. Und ich kann da unten einfach hier ein bisschen Drinks sammeln. Generieren, generieren, generieren. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aber wie lange haben wir die eh nicht mehr? Äh, und Erfahrungspunkte, ja! Der kann, irgendwann kann der Erfahrungspunkte mal aufsammeln, merk ich grade. Die Erfahrungspunkte waren da schon unten am, am rumjammern. 21 Minuten ungefähr noch. So, jetzt sind's in Wayne drin. Wow. Alter, bist du grad weitergelaufen? Ja. Alter, das hat kurz einen Moment geleckt. Cool, ne? Cool, ne? Cool, ne? Level 45. Find's cool. Aber immer mit dem Stein, mit dem ich bauen will, da hab ich so wenig von. Oh, armer Junge. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwas gefunden hätte, hätte ich das jetzt entweder gebracht, oder hätte ich gesagt, da ist was. Da kannst du... Ach, würdest du nicht machen. Doch. Ne. Oh, doch. Glaub ich dir nicht. Ach, doch, doch. Ne, ne, ne. Hätte ich schon da was hingetan. Ne, ne. Glaub ich dir nicht lag. Ah, merk ich selber. Ja, aber wenigstens generiert der hier dann, und dann kann man vielleicht, wenn man was findet. Ah. Deswegen. Ist das denn oberflächlich, oder wie ist das? Nö, pff, ja, ich weiß das gar nicht so wirklich. Ich hab bis jetzt aber immer oberflächlich was gefunden. Haha, du bist oberflächlich. Der war schlecht. Ich weiß. Kennst du mich doch. Welcher Monitor ist für was? Ich hab ja heute dich gefunden. Nein. Eucalyptus. Schön, das ist pink. Ich weiß. Oder deine Farbe. Nein, ich glaube eher weniger. Doch. Das ist deine Farbe vielleicht. Deine Farbe vielleicht? Deine Farbe vielleicht. Deine Farbe vielleicht. Hi. Was? Na, wirst du? Kommst du? Oder? Ne, der Spawner ist schnell weg. Wenn wirst du kommt. Nö, auch da hast du Mist. Oh. Du musst mich in Brand gesessen. Da ist das Ding. Alles klar. Kann ich das Ding mit einem Pfeil treffen? Na, das bewegt sich. Naja, das bewegt sich. Das ist nicht zu schnell. Einmal dahin. Das ist nicht zu schnell. Ja, wirst du, ne? Und einmal dahin. Jetzt klein wir das mit Holz aus. Scheiß, bist du echt? Das war nicht so schnell. Das war nicht so schnell. Rotem. Soll ich den Taschentuch bringen? Nö. Freue ich nicht. Okay. Ich hab' auch schon so einen Vulkan, so eine Vulkanfestung gefunden gehabt. Die aus Erzen besteht. Ja, die ist geil. Du kriegst richtig viel raus. Ja. Ich hab' mir da auch schon ein Wavepoint gesetzt gehabt. Unten ist der Naterwack. Unter anderem. Naja. Hast du das schon ganz unten drin, ne? Ja. Hast du schon den Boss kaputt gemacht? Nö. Schlecht. Ich bin einfach nur mal kurz runtergeflogen und wollte gucken, was da ist. Sterben. Okay. Was? Okay, das sieht ja mal geil aus. Alter, wo hat er jetzt meine ganzen Kabeling getan? Eine Schlucht, die halbwegs nur mit Wasser gefüllt ist. Das sieht ja mal geil aus. Nice. Sieht auch geil aus. Nee, ich wollte da grad rüberspringen. Aber wie ich mich kennen... Tod. Dann schätze ich das zu blöd ein und an. Weg. Unten. Und... Sterben kann ich ja nicht, wenn ich springe. Weißt du doch. Clubboots. Naja. Clubboots. Viele sagen, die Feder ist besser. Alter, jetzt leckt es grad einen Moment. Die Feder besteht auch aus dem Boots. Jaja. Ist aber einfacher, weil man dann... Oder eher gesagt, die Boots besteht aus der Feder. Weil man dann ja das ganze komplette Z nehmen kann, aber... Ja, und? Fähne Jungs. Was ist die Federn du brauchst? Ja. Für Stück. Du brauchst noch von diesen... Ähm... Es... 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 Was? Nö. So. Ich sag mir trotzdem mal mal die Blumen mit. Johnny braucht keine. Ich würd keine brauchen. Johnny hat eh so ne Quantum Nest. Mölder. Ja. Ich glaub mit 50 läuft das Ding super. Ich brauch's nicht. Aber so viele Terms spawnen hier gar nicht mehr ringsrum, ne? Hm-hm. Vielleicht durch den... Better dungeon minimal sonst ist das so ein bisschen aufgehoben jetzt. I don't know. Noch Zeit. I don't know. Aber das ist besser. Nämeth nicht zu oft spawnt. Boah. Alles leckt, wenn ich. Ja. Das tut das wohl? Ich höre mal dem Baume. Wo man ein paar Zichts davon. jetzt habe ich ein bisschen anderes mitnehmen ganz dumm machen ja das mache ich auch ja ist klar ja ich weiß alles klar bei dir nein 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 doch das geht das schwere ich bin nicht blöd ich bin nicht doof vor die ölquellen hier jawoll ölquellen eine wüste ölquellen 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 das war aber nicht echt okay das war langweilig fand ich das hätte so richtig übertreiben müssen obwohl ich mir das nicht hier ja was ein komisches quats zeug oh mein gott ein wunder der natur du hast den steuern gefunden die steine weisen oder also ich habe das schon wieder außerhalb gefunden ja aber meine geht jetzt danke das ist leckentos also ich komme gerade gar nicht mehr ich baue jetzt ab na jetzt geht es wieder mal gerade eben aber das ist nicht so extrem wie bei johnny gut er hat es übertrieben ja wir wissen es ach muss ich ja so bauen verdammt das ist ja den strom hier vorne hinten oder ich nehm hatte ich nicht nur zwei sets davon ich mei mich doch zu erinnern davon zweites set zu haben maschinenfilms he 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 ist es hm ja ist schon gut ich spreche wie immer mit mir selber das weißt du doch ich will da kein platz mehr cool hyper solar panel ec2 energy bits boah ich hab' 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 ich nicht nö überhaupt nicht publishu auch 10 stunden du bichanger natürlich die zeit so zu hat die zeit dafür hat kannst du gerne machen wir haben sie leider noch nicht wer schön eigentlich oh ja doch 15 minuten noch okay hier kann ich köften da kann ich reingucken und hier ist arbeitsmonitor okay das muss eine folge sein crafting terminal ja mit dem auf jeden fall sind wir schon ziemlich hoch obwohl drei stunden sind ja nur zwölf folgen ich glaube so waren wir auch schon bei 53 naja 51 steht jetzt glaube ich bei mir aber ich glaube ich habe noch so paar um fliegen nur bei mir kam es die folge ich habe nur bis zum ersten fünf bis zum zweiten fünften habe ich noch ich muss so einfach sie von guck mal ganz schnell nach wenn ich ruhig kurz eine aufnahme machen dann müssen die leute auch bescheid so habe ich bis folge bis welchen tag keine ahnung okay 53 folgen ja okay ja und ich glaube ich irgendwelche tage habe ich verpasst schlafen kurz okay warte moment ich fliege mit nach hause und war nämlich gerade ein solarpanels im umsetzen mache ich jetzt gerne ein paar recycler kräfte und da kann auch vielleicht paar mehr sein 13 14 kann kommt aufs schneiden dann ja mache ich genau 15 immer naja bei mir ja bei mir werden das eigentlich eigentlich zwei folgen sein daher schneidest genau 15 ja mal daumen auf 15 du ausgerechnet du mein system ohne strom das ist geil das kackt gleich voll ab 65 folgen sind das dann möglicherweise keine ahnung ich kann gerade nicht mein system kackt sonst gar ab ich kann mich gar nicht mal konzentriert ich hab noch was gefunden hat cool gleich ein bisschen mehr gefunden nein es kommen geht raus ich habe wieder strom und er war 65 folgen sind das dann er hat auf jeden fall was mich ja geil und ich wurde hier und dann kommt jetzt von mir aus gib mir mein schwert wieder du bist das geklaut ja da das ist weg jedoch nicht kann die weg sein ja viel strom hast du noch baut er wieder auf er baut auf jeden fall auf das mieses direkt an der höhle in kampfschutzige zombie da eben raus geht auch mit offenem boss Weißt du wie ich den Duell übe? Oh man ey. Was? Der Duell ist geil. So. Hybrid Solar Panels. Habe ich ja. 6 Minuten noch. Ungefähr. 6-7 Minuten noch. Ja. Alles gut. Solar Panels. Oh jetzt bauen wir noch ein paar Recycler. Ja. Jetzt muss ein bisschen noch mehr richtig losgehen. Aber der Duell ist echt geil. Sei klar. Ja du Compressor. Compressor brauchen wir Maschinenblock und diese komischen Circuits. Weil wenigstens auch mal Quarid Stone und damit wieder sie so schnell abzubauen. Da gehts runter. Ach du hast keinen Jetty ne? In der hässigen Flüssigkeit rein. Komm ist ja kein Jetpack. Nee mir schlecht. Ach diese komische braune Suppe bestimmt. Nee das ist schwarze. Ich weiß gar nicht was das Öl ist. Ob das jetzt auch Öl ist oder ein anderes Öl. Hm. Weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal in den Kommentar schreiben was das eigentlich für Scheißzeug ist. Kannst du auch mit dem Eimer rausnehmen. Will ich aber nicht. Ist gar nicht da sind meine Eimer. Lass mich beim gucken. Ich hab die schwarze Flüssigkeit bei mir auch. Hm. Mh. Das ist. Äh. Einmal Öl Bucket. Mh. Wann krieg ich aber keinen Schaden und irgendwie hab ich auch so eine braune Suppe. Vielleicht ist das neu dass man da jetzt durch Schaden kriegt. Warte mal. Nee ich hab keinen Schaden bekommen. Durch das Öl nicht. Ja aber das ist kein Öl dann bei mir. Warte mal wenn das dann. Aber es kann nur diese braunliche Suppe sein. Das ist nämlich Scavage. Ja. Nächstens sieht das schwarz bei mir aus. Ja. Von kriegst du Langsamkeit, Vergiftung und Hunger ne. Warte. Ja kann sein. Ja das ist Scavage. Und was ist das für Zeug? Äh. Kannst irgendwas mit antreiben. Was kannst du damit machen? Irgendwie kannst du das verbraten. Keine Ahnung. Ich hab noch nicht ganz genau geguckt. Glaub ich Strom für Strom. Werd ich sowieso irgendwie einsammeln mal. Hm. Werd ich aber die ganze Gegend wirklich richtig säubern damit. Okay. Zack. Und? Alles hier abgebaut. Überall Schokobuffet dann hier. Boah ey. Die Stelle sieht jetzt aus. Voll zerbombt. Wo ich das alles abgeendet habe. Was lange bringe. Weißt du das? Ich brauch das. Ja nicht nur du. Ich brauch das weiße Zeug. Das weiße Zeug. Das weiße Zeug alter. Deswegen wollte ich grad noch mal sagen. Ich brauch ja das weiße Zeug. Da ist noch mehr. Das ist ein Jackpot. Oi. Geil. Da hab ich echt nen Jackpot grad. Und das ist nicht grad wenig. Das ist. Wenn dann ist das ganz schön groß. So. Jetzt brauch ich nen Maschinenblock. Aber ich würd mal sagen. Ah wir haben noch 5 Minuten. Und wieder. Schon wieder weiß. Schon wieder weiß. Schon wieder Koks ist da. Schon wieder weiß. Ja ne. Dass ich dann. Zum Ende herkomme. Und wieder zurückkomme. Und ja. Dann kann ich das nämlich schon mal. Nachher abfahren. Oder morgen. Oder keine Ahnung. In den Ofen schmeißen. Ne. Ich werd da heute nicht mal wirklich was machen. Ich meinst n bisschen in den Ofen rein noch. Aber sonst. Machst du nix mehr ne. Das weiß ich kann auch beim nächsten Mal weiter hier wegfahren. Deswegen mach ich mir den Vaepoint hier hin. Na klar. Und wieder weiß. Und ich komm zurück. Yay. 20 Kompressoren. Ich glaub ich übertreibs jetzt mit 20 Recyclern. Ja mach das. Ich mach erstmal nur 10. Naja mach das. Naja mach ich jetzt wirklich. Ich glaub 10 ist schon okay. Ja mach das doch. Ja ist ja gut. Schreib mich nicht so an. Ich bin sensibel. Du. Seit wann? Äh schon immer. Hallo. Bin ein Sensibelchen. Glaub ich dir nicht. Okay. War mir klar. Ja. Ja. Ich hab kein. 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 Stoff mehr. Ich hab nix mehr hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich hab kein Refined Eisen mehr. Ach. Zwei. Drei. Du scheiße. Boah ich hab. Ich hab 20 Stacks Refined Eisen in ganzen Folgen verbraucht. Daumen hoch. Ich hab 32 eineinhalb Stacks davon. Da hast du Glück. Du sammelt grad. Heftig ne? Das ist Langeweile. Das reicht für gerade mal eben ein bisschen. Ja. Ist das Problem. 32 eineinhalb Stacks. 64 mal 460. Kannste mal rechnen. Das wird nicht reichen. Ne wirds auch nicht. Hast du recht. Das wird überhaupt nicht reichen. Das war noch 10 Recycler fertig. Das war noch 10 Recycler fertig. Das war noch 10 Recycler fertig. Ich weiß gar nicht. Hat er eigentlich die Ebene fertig gekriegt? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Natürlich nicht. War ja klar. Nächste. 10 Recycler die brauchen wir für die nächste Folge. Und ich hab den Filler fast voll gehabt. Die müssen aber auch gleich beenden ne? Ja ich weiß. 3 Minuten. Aber willst du noch ein bisschen mehr machen? Mal ne? Ne ne. Und ich beenden dann gleich. Dann wirds auf jeden Fall ein bisschen noch zwischendurch was gemacht. Über 2,003 Stunden. Boah ich will gleich noch was futtern. Ich hab nämlich Hunger. Na ein bisschen. Ja ich hab ja noch zu essen. Dann kann ich gleich noch ein bisschen wendern. Und dann um 10 kann ich dann Müll machen. Naja obwohl ich geh im halb hoch. Heißt ja Filler. Oh wie lange habt ihr ihn gemacht? So. Nein. Aber na gut Leute. Dann würden wir auch sagen. Ja wir bedanken uns fürs Zugucken. Und zum nächsten Mal bei das Bekloppenprojekt. Bis dahin. Tschüss. Mein Oberbekloppen. Du bist der Oberbeklopter. Yay. Wuuu. Okay stopp. Tschüss.